Hallo Leute, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Car4Cell. Wir müssen Autos kaufen und verkaufen und wir müssen auch hochsteigen, Level. Ich zeig's euch gleich. Michael ist auch im Discord-Call. Ja, hallo, wär auch nett, danke. Sie können Feedback und Vorschläge über Computer oder Tablet schicken, yes. So, hoffentlich nervt er, tun euch nichts, das muss ich den Ton ausmachen, aber. musik empfindlichkeit maximal audio so zack zack sorry dass ihr meine tastatur muss ich stets einmal aus öffne ihr büro also wir gehen hier auf der webseite lips falsch auf upgrades auch nicht auf die office zeichen hier wir wollen uns nennen spiele gamer reichtum ich bin immer der beste youtuber ganz deutschland wir gehen jetzt wir müssen zur nachbarschaft nicht rote bier nachbarschaft wir können ja handeln hat 7.480 pfund und was das auf deutsch heißt keine ahnung 7.480 pfund oh man die wollen alles teure autos haben muss ein kredit aufnehmen das geht schmalt spur wagen ja besser als kark einer 24.000 die mich verarschen jetzt kommt der 17.000 oder kommt damit 7000 5000 braucht es schmalt spuren auto wurde beschädigt mein auto doch nicht hui hockle berge ach du not mein händler macht das sogar automatisch cooler wagen aber zu schmalt burig ein bruch brüder von ein kleines da nie verbreiten angst und sechs haus machen wir wenn das niemand kauft sich raste aus er abank gleich drei kunden wir gucken so was jeder uns verbietet also er die erste frau für 6000 und diese dann wieder ein aus und dann habt ihr schon gekauft jetzt habe ich ja 100 rote bar container muss ich laufen 774 dollar habe ich bloß gemacht ja stimmt sogar ich habe kein matte brüder automarkt ist geöffnet und schmutz dreck dreck wenn ihr weitere folgen von car for sale sehen dann lass deinen super coolen like da 24.000 jetzt habe ich natürlich 32.000 automarkt dass wir natürlich alles günstiger und ein dollar alles verkaufen und ein rennen porsche hey alter ich bin kein alter 200 3000 ich will kein schmalzpulern ich bin nicht wie ein climax schmalzpulern ich bin nicht wie ein climax schmalzpulern webseite wir verkaufen seitdem günstiger tausend sieben monat wir müssen vorgehen freunde ein büro ist auch geschlossen ich will mir kurz was zu trinken leute ich komme nicht mehr hoch auf meine vier beine jemand will mein auto kaufen jetzt mag ich mache richtig das läuft durch michael du kannst auch noch reden genau noch da für dich ja eher nix großartige sage ich jetzt mal 28.000 muss ich auto verkaufen sonst ruft meiner bank an und sagt hey also meckern dann 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 mache es ich immer ich es es er hat eine schmalzburg kachel 300 oh man das wird wehtun wenn ich verlieren würde gegen ihn jetzt habe ich nicht an an bus dran erinnert ich wollte was trinken freunde wir müssen gewinnen ja wir haben 600 dollar gewonnen der 14 wir haben 13 8 ich würde sagen das haben wir gemacht wir haben alle haupts genommen obens michael gewiss mir da hätte ich langsam gefahren da hätte ich ihnen das geld gegönnt aber ich habe keine ich das habe ihn aber ich habe mich so recht viel ich habe es nicht mehr ich habe mal hier funktioniert das ist ja so schön das ist ja so schön ich habe die rüchte du bist du bist du bist du bist du bist jetzt webseite 27.000 was habe ich das sagt wir machen noch 200 drauf aber das war mein rennwagen das war mal 27.000 hallo wir haben sie für wie viel verkauft 27.000 ich bleib weg man kann auch wenn man sportwagen haben jetzt die frau ist es jetzt ist safe ja rote bar aha container haja bobo jetzt machen ausgegeben und verdientes geld also habe ich wieder ein bisschen geld plus gemacht autos salon ist heute um vier uhr acht acht so viel nachbarschaft wenn ihr wisst was meine original 28.000 muss ich dann für schnell auf 100 32 also 321 let's go naja beim jahr 11 10 sekunden gedau junge auf 4 4 1000 und das ist ein bmw aber der scouter da könnte gegen mein welches aus mir fällt gerade nahm nicht ein alarm ach so nach wir spielen wenn ich verliere so nicht dann muss ich mein auto verkaufen da 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 ach komm der hat mich aufs genommen mit ach komm legt mich doch mal der hat mich aufs genommen leute wenn ich gegen den fall hier fressen gewesen hat er war nur vier sekunden langsamer wollte sagen schnall aber da war langsam und gegen transporter gegen dem würde ich ja gewinnen rum 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 danke leute lasst ein like und ein abo da wenn ich weitere folgen von karl fossel ich weiß ich habe mich wiederholt jetzt zwei stunden worten ist der kommt gut ich sag doch ich bin der king von krim sie können ihr feedback und vor tablet viele lamboschini das wäre mein traum und schnall ich 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 weiß nicht ob ich das auto verkaufen soll ist mein traum auto ab 10 likes verkaufe ich mein auto ohne kratzer ohne alles mit 29.000 minus verdientes geld nur 1.000 jawohl mal gucken wer besser ist ich oder der andere typ der könne nämlich abschallern gegen den werde ich ihr hobs genommen um es von hinten haha spaß außer ich muss ausschalten ich habe verloren okay leute das war ja ich habe verloren ich habe nicht mitgestimmt ich habe ein auto einfach eine stunde lang das video machen ich habe ich habe nur eine sekunde langer alter ich habe gedacht dass der lahm aussieht dass das von ja gut ich weiß nicht so beschreiben soll aber wir sind doch mit der king 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 10.000 da will mich doch forschen nicht die will mich forschen schmutz hmm lecker trek Oh Oh No website Den Audi muss ich für 29.000 Euro verkaufen. Safe Air wird nicht verkauft. Oh, wenn wir das Auto verkaufen in dieser Aufnahme. Ich fresse dann den Besen. Leute, wir werden auch dann nochmal Unio aufnehmen. Ihr könnt ja hoffentlich Unio alle. Hoffentlich, habe ich nur gesagt. Kann sein, kann auch nicht sein. Okay, warte, ich will ja dieses Auto verkauft haben. Okay, das war vielleicht zu teuer, aber naja. 28 500. Na komm, da kann niemand Nein sagen. Ach egal Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Du lachst lange ein Abo da. Cs, Cs, Cs. Wird es auch noch was sagen, Michael? Oh, echt streng geworden. Oh, klingt nicht gut. Also Leute, wir sehen uns. Bis morgen und euer lieber, euer SpieleGamer und Cs.